Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, ihr beiden. Schlaft schön. Gute Nacht, Mama. Ich ruhe mich jetzt auf dem Sofa aus. Mark müsste gleich kommen. Aua! Oh nein! Die Bären gehen los! Hallo, ich bin wieder da. Warum ist es hier so ruhig? Sabine, ist alles in Ordnung? Nein, die Bären sind losgegangen. Die Zwillinge kommen. Was? Wie? Wird das jetzt hier eine Hausgeburt? Ja, Mark. Schnell. Es geht los. Ja, ich bin zwar kein Arzt, sondern Polizist, aber ich werde das hinbekommen. Sabine, das machst du super. Das erste Baby ist gleich da. Hurra! Es ist ein Junge! Ist der süß! Das zweite Baby ist auch gleich da. Hurra! Es ist ein Mädchen! Bin, hörst du das auch da unten? Ja, Tara. Lass uns unten nachschauen gehen. Mama, hurra! Die Babys sind da! Ja, ihr zwei Süßen. Mama, wie heißen die beiden denn? Das sind Janosch und Emmi. Toll! Geht ihr bitte wieder ins Bett, ihr beiden? Ja, machen wir, Mami. Am nächsten Tag ist die ganze Familie da. Alle wollen die Babys sehen. Sind die süß! Ja, Micky, sind die süß! Herzlichen Glückwunsch, Mark, zur Geburt von Janosch und Emmi. Unser Baby müsste auch bald kommen. Ende Mai. Mark, herzlichen Glückwunsch auch von uns, zur Geburt von Janosch und Emmi. Vielen, vielen Dank an euch alle. Danke, Mark, dass du mir gestern bei der Hausgeburt geholfen hast. Für dich, Schatz, tue ich das doch immer. Jetzt sind wir nicht nur zu sechs Kinderfamilie, sondern auch nur große Geschwister. Ja, das stimmt, ihr beiden. Ja, ihr zwei Mäuse, ihr seid schon groß, ihr seid tolle große Geschwister. Hier ist das neue Intro mit den Zwillingen von Familie Belly. Schatz, 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 schatz. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schön, jetzt ist Familie Belly nicht nur zu sechs, sondern Tara und Finn sind auch große Geschwister. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Tschüss!